Ich bin mit Kollegen an einer solchen Veranstaltung und habe sehr Freude an denen, die so quer um die Ecke kommen. Da habe ich gedacht, das muss ich auch probieren. Ja, wir sind dann mal aus Plauschen, mal ans Rennen zu schauen. Da habe ich gedacht, ja wohl, wäre eigentlich noch etwas, gefällt mir auch noch. 2002 im Genua in Italien. Da habe ich mal eine Werbung gesehen von einem Supermotorrenner. Der Teamchef, der Werni, nachher einfach für das Rennen dort angemeldet. Ja, das war im Allis in Turtmann. Wir haben das erste Rennen auf Villars und Ecke. Unglaublich, das erste Rennen gerade gewonnen. Das war eine riesige Sache für uns beide. Und so sind wir zusammen zusammen weitergefahren. Mit drei habe ich schon so angefangen, ein bisschen Quad, Motocross. Mit Sex bin ich dann am Motocrossrennen und dann eben Supermotor gewechselt. Das war es schon mal. Ich mach dich nicht mal zum Abschluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017